Ja, das hat bestimmt weh getan. Ach, das hat bestimmt weh getan. Na, ich muss nur in die Zone kommen. Da wird's mir alles durch. Das ist der letzte, ne? So geht das. Muss ja der letzte sein. Tada! Geschafft, eine Minute 16. Unschlagbar. Jetzt für die anderen. Es gibt bestimmt einen, der noch eine Minute 16.50, eine Minute 15 eventuell noch hinbekommt. Jetzt so unter allen anderen. Also, das war's. Sie haben alles gewonnen. Das überrascht nun wirklich niemanden mehr. Beeindruckende Arbeit, Shepard. Gibt es noch etwas für mich zu tun? Es gibt ein Spezialszenario, das ich nicht vielen Agenten anbieten kann. Ich möchte, dass Sie es versuchen. Das haben Sie gut gemacht. Aber ich habe Schlimmeres erlebt und das war keine Simulation. Aber ich könnte eine draus machen, falls Sie Interesse haben. Haben Sie noch etwas, das ich ausprobieren kann? Ich habe eine meiner Missionen nachgestellt. Während des Kontaktkriegs entkamen wir einem Hinterhalt durianischer Sturmtruppen. Nur ich und ein kleiner Trupp. Ich habe es noch nicht zu Ende programmiert, aber es ist fast fertig. Sie können es ausprobieren, wenn Sie wollen. Erzählen Sie mir mehr. Die Regeln sind einfach. Überleben Sie, bis Sie abgeholt werden. Wenn Sie können. Sie sind gnadenlos in der Unterzahl. Es gibt keine erwähnenswerte Deckung. Es ist die schlechtmöglichste Ausgangsposition. Natürlich ist es nur eine Simulation. Dann erhöhen Sie die Schwierigkeit. Einfach mag ich nicht. Sie sind mutig, Shepard. Aber es bleibt eine Simulation. Selbst unsere besten VIs sind nicht so gut wie in der Realität. Dann schalten Sie die Sicherungen ab. Keine Sicherungen? Die höchste Schwierigkeitsstufe? Das schaffen Sie nie. Und dann muss ich erklären, wie ein Spectre auf meiner Station sterben konnte. Was wollen Sie setzen? Eine Wette. Oh ja, stimmt. Ja. Stimmt, stimmt, stimmt. Ich habe einen hübschen kleinen Altersruhesitz auf Intaisé. Ich bin nie dort und ich will mich auch sobald nicht zur Ruhe setzen. Er gehört Ihnen, wenn Sie es schaffen. Und was ist Ihr Einsatz? Mein Leben. Einverstanden. Ich soll also wirklich die Sicherungen deaktivieren? Wenn Sie sterben, wird es als Benutzerfehler gewerdet. Ich will deshalb nicht meinen Job verlieren. Bereiten Sie es vor. Sprechen Sie mit Oakrell. Ich sorge dafür, dass er die neuen Einstellungen erhält. Ich würde Ihnen viel Glück wünschen, aber Sie werden weiter. Weit mehr als das brauchen. Ach was, die Mission ist gar nicht so knifflig. Allerdings speichern wir tatsächlich mal davor. So, wir haben alles geschafft. Tatsächlich hätte ich jetzt nicht unbedingt mitgerechnet. Was wollen Sie? Ich möchte eine neue Simulation ausprobieren. Ich bin für Sie da. Welcher Kampfmodus? Auf Zeit, Erobern, Überleben oder Jagd? Ich habe gehört, dass Ahern eine Spezialmission erstellt hat. Fürs Protokoll, ich bin dagegen, die Sicherungen zu deaktivieren. Ich werde das schon überstehen. Und was ist mit meinem Simulator? Ich werde ihn wochenlang reparieren müssen. Das wird ein Spaß. Ich sage das nicht sehr oft, aber... Mist. Viel Glück. FPS waren wieder unten. So, wir haben eine Dauermission. Das heißt, wir brauchen Zeit, die wir durchschweben und so weiter. Leute, kurzer Check. Shortflinch ist okay. Gut, du kannst nichts anderes. Das ist, ähm... So, der Anfang ist gar nicht so schwer. Wenn mich meine eigenen Leute nicht von hinten abwallern würden. So, also wie gesagt, das ist gar nicht so. Treffe ich den oder den ist Geländer? Ich glaube, ich treffe das Geländer. Ja. Ich treffe tatsächlich den. Und er hat nur noch eine Schilde mit drauf. Meine Schilde leiden gerade etwas. Dieser Kerl ist unglaublich. Er will und will einfach nicht drauf gehen. So. Da lebt anscheinend noch einer. Gut. Das werden Sie morgen spüren. Was war das denn? So. Was ist das? Ich muss irgendwas aktivieren. Luftstrom. Komisch. Und hier war vorhin auch noch was, was ich aktivieren konnte. Interessant. Da sieht es sehr nach Deckung aus. Ist vielleicht keine nennenswerte Deckung. Aber... Es ist immerhin eine. Bodenluftabwehr. Bodenluftabwehr. Habe ich jetzt beide aktiviert oder was? hoff' ich doch mal, dass die Bodenluftabwehr... Aktiviert, deaktiviert. Ne. Jetzt kann ich es nicht ändern. Das ist eigentlich gut so. Datenbank öffnen. Und jetzt... Würde ich sagen... Jetzt fängt der Spaß erst an. Die Hölle los. Guck mal, eine Ahnung. Da haben wir doch genug Deckung. Und der da... Oh, der ist doch interessant. Das wäre, glaube ich, ein Scharfschutz. Der uns normal ziemlich auf die Eier geht, oder? So, Leute. Sucht euch mal Deckung. Das wäre vielleicht nicht schlecht. Ich weiß nicht, schießen die Raketen auf uns... ...oder auf unser Gegner. Ups, der geht voll daneben. Guter Schuss. Schade, dass ich da keine durchschlagende Munition habe. Ah, die Raketen helfen uns. Sehr interessant. Ich glaube, ich habe keine inswerte Probleme. Habe ich gerade nicht. Wow, guter Schuss. Gute Arbeit, Shepard. Wie lange muss ich denn noch überleben? Ah, okay. Die Leute, ich habe gesagt, sucht euch Deckung. Die überleben aber auch so ganz gut. Gute Arbeit, Shepard. Nicht, dass mein Gewehr noch heils läuft. Das wird ja jetzt langsam echt. Wow, guter Schuss. Oh, guter Schuss. Okay, da ist was ziemlich halt explodiert. Äh, guter Schuss. Ah, guter Schuss. Oh, guter Schuss. Unglaublich. So. Was wollen Sie? Ich möchte eine neue Simulation. Ich bin welcher Kampfmodus auf Zeit. Und was ist mit meinem Simulator? Ich... Ja, gut. Einfache Feuerkraft reicht mir da auch nochmal. Das würde ich fast sagen... Heute eine Ausbildung hat keine. Aber an der Schrotflitte. Und ich genauso an das Gewehr. Irgendwo da war da noch einer. Äh... Irgendwas hat mich da gerade geschafft. Perfekt. Er hat's weggesemmelt. Das sollte... Reichen. Und ich glaube, ich weiß auch genauer jetzt, wo ich mich hinstelle. Achso. Boden-Luft-Abwehr-Turm aktivieren. Habe ich den aktiviert? Ich glaube schon. Aber der sollte eigentlich vom Boden in die Luft feuern. Naja, gut. Ist ja eine Frage. Fängt das Ding, wenn keine Kinder mehr vorhanden sind, an, auf mich zu feuern? Oder wie auch immer. Ich werde auf jeden Fall jetzt eher mittig mich positionieren. In diesem... Etwas. Achtung, Shepard! Jetzt fängt der Spaß erst an! Damit ich da... Ähm... ...möglichst in Sicherheit bin. So. Guck mal einer an. Da oben war ein... Scharfschütze. Und da ist noch einer. Und jetzt nicht mehr. Okay. Einer ist im Schutz von irgendwas. Das ist gut. Das ist der Shepard. Machen Sie sie fertig. Alles klar. Nein. Da ist noch einer gestorben. So geht das. Die entstehen und fallen direkt rum. Das ist wunderbar. Am Spawnpoint erschossen. Ah, verlaupt. Nicht geschafft. Also das... So geht das. Ist wirklich einfach. Ach, guter Schuss. Ist dann eben nur die Sache, dass ich mein Gewehr irgendwann unterhitzen könnte, wenn die zu schnell nacheinander auftauchen. Das wäre uncool. Das wäre uncool. Aber das... Sollen wir ja auch gebacken kriegen. Jetzt soll ich noch 3 Minuten 30 hier stehen. Und einfach nur die Idioten an ihrem Spawnpoint zerlegen. Ah, Spawnpoint gewechselt. Vielleicht... Vielleicht... Tatsächlich jetzt die... Okay, die müssen jetzt irgendwann Probleme haben. Das ist nicht gut. Ich denke, ich werde mit der... Damit immer noch ganz gut beraten. Genau, wir schießt den durch den Rücken. Da, was die Luft verschafft. Ah, verdammt. Ah, verdammt. Okay. Jungs, komm mal zu mir. Dann können wir das vielleicht ein bisschen einheitlicher lösen. Ich kümmere mich ja jetzt hier schon... ...komplett um die Seite. Ich muss tatsächlich echt aufpassen mittlerweile. Lassen Sie mich hier nicht... Lassen Sie mich hier nicht zu nahe kommen. Weil die Raketen dann so gerne in meiner Richtung fliegen. Oh, verdammt. Die Jatte wird schnell bewegen. So. So geht das. Wunderbar. Wow, das war knapp. Wenn die Abwehrgeschütze da so weitermachen, haben wir ein echtes Problem. Nicht verflügbar. Gut. So. Du mit der Schrottwinde bist ganz gut beraten. Ich werde mein Schutzschild aktivieren. Nein, erstmal werde ich die Waffe wechseln. Dann mein Schutzschild. Aus einem einfachen Grund. Kein Gewinn. Hier wird die Luftabwehr mich nicht ganz so heftig treffen. Auch wenn da gerade wieder was explodiert ist. Besser gesagt, ich habe zwei verloren. Ich dachte, den Scharfschützen hätte ich erledigt. Habe ich den erlischt. Das wäre ja mal was. Okay. Vielleicht doch nicht die beste Position. Boah, verdammt. Noch 15 Sekunden im Ernst. Wo kamen denn die Scharfschützen her? Wow. Das letzte Mal habe ich mich woanders versteckt. Und da ging das viel, viel, viel einfacher. Was ja jetzt witzig ist. Mich haben ja eigentlich diese Raketentürmer. Was wollen Sie? Mein Leben gekostet. Und was ist mit meinem Simulator? Das ist eher auch... Das ist ziemlich krass. Naja. So. Gut. Diesmal werden dann die Türme nicht aktiviert. Verdammt, Schepard. Das Medigil ist nicht gratis. Wer braucht denn hier Medigil? Wir haben doch alle unsere Schusspanzer. Ah, okay. Ich wurde... angegriffen. Angegriffen. Mit Überwitzung. Das ist der Schepard. Machen Sie sie fertig. Wunderbar. So. Ohne die Türme zu aktivieren. Moment. Moment, Moment, Moment. Abbruch. Einen könnten wir aktivieren. Aber die stehen alle so dämlich. Was soll denn? Die stehen beide so dämlich, dass sie... Egal wo du bist, sich treffen. Oh, du könntest dich dann unterhalb von einem verschanzen. Ich weiß nicht, ob das so wirklich... Verdammt, Schepard. Das Medigil ist nicht gratis. Nein. Scharfschütze da oben. So, Jungs. Einmal herkommen. So, ich weiß nicht, ob er einen findet. 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 rar mehr. So. Oh, oh, oh. Ja, er hat mich einfach nicht defensive gedrängt. Entstehen eigentlich neue, wenn ich hier so... Ich vermute schon. Vielleicht nicht ganz so schnell, als wenn ich sie abschießen würde, aber es werden immer noch welche entstehen. Verdammt.